Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Douglas von Bessens.de und heute möchte ich dir das Bosch elektrisches Farbsprühsystem PFS 5000E vorstellen. Wir konnten das Produkt leider nicht beim Hersteller direkt bestellen, haben uns dennoch entschieden dir hier im Video alle technischen Details aufzuzeigen und dir das Produkt hier im Video zu präsentieren. Ich hoffe ich kann dich ausführlich beraten und dir bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Hey bevor das eigentliche Video anfängt möchte ich dich auf etwas kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und haben einen Preisvergleich durchgeführt, das heißt du hast unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du gerne mal drauf drücken und dir den Preis mal genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß jetzt bei dem Video. Lass uns einen Kommentar da, lass uns ein Like da oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich freuen und jetzt viel Spaß. Das Bosch Farbsprühsystem PFS 5000E ist ein kompaktes Farbsprühsystem für den Heimgebrauch. Drei mitgelieferte Düsen ermöglichen die Verarbeitung von unverdünnten Farben sowie Lacken und Lasuren. Bei einer Leistung von 1200 Watt erreicht das Farbsprühgerät einen Wirkungsgrad von 500 ml pro Minute. Der Tank hat eine Kapazität von 1000 ml und reicht aus um ca. 6 m² Wandfläche zu bearbeiten. Die Wandfarbe lässt sich über einen 6 m langen Luftschlauch unkompliziert auftragen, wobei der Tank auf dem Boden abgestellt werden kann. Das Farbsprühsystem eignet sich zum Auftragen von Wandfarben und Lacken sowie Lasuren auf Wandflächen im Innen- und Außenbereich. Holzfarben können dabei unverdünnt verwendet werden, während Wandfarben bis maximal 5% verdünnt werden müssen, bevor sie bearbeitet werden können. Die Bedienung erfolgt über einen Druckknopf an der Farbspritzpistole. Die aufgetragene Farbmenge kann über einen Drehschaltner am Tank stufenlos eingestellt werden. Die Energieversorgung erfolgt über einen Netzstecker, der über ein Kabel mit der Steckdose verbunden wird. Im Lieferumfang sind neben dem Bosch PFS 5000E Farbsprühsystem zwei Farbbehälter mit einer Füllmenge von 1000ml, drei Düsen sowie eine Reinigungsbürste enthalten. Alle Vorteile für dich nochmal zusammengefasst. Verwendbar sowohl für Farben als auch für Lacke, einfache Bedienung laut Kundenrezensionen, schnelle Verarbeitung mit drei verschiedenen Düsen. Um das Bosch Farbsystem zu reinigen, muss man das ganze Gerät auseinander nehmen und alles fein säuberlich mit Wasser und am besten unter fließendem Wasser ausspülen. Das nimmt eine Menge Zeit in Anspruch und ist auch mehr als nervig. Wir haben insgesamt höchsten 10 Minuten gesprüht und für die Reinigung ging über 30 Minuten drauf. Das kann und darf nicht sein, wenn das Gerät Spaß machen soll. Wir geben hier an dieser Stelle einen Kritikpunkt. Das Bosch PFS 5000E Farbsprühsystem gehört mit seinen drei Düsen sowie dem vergleichsweise großen Tank von 1000ml mit zu der leistungsstärksten Farbsprühsystem, die derzeit erhältlich sind. Besonders hilfreich ist die mögliche Verfügbarkeit für Farben und Lacke sowie Lasuren. Es ist eher für größere Flächen geeignet. Mit ca. 125 Euro ist das Farbsprühsystem im gehobenen Preissegment angesiedelt. Die einfache Bedienung und die schnelle Verarbeitung der Farben sprechen hier eindeutig für das Produkt. Das Werkzeug kann in verschiedenen Körperhaltungen und Richtungen genutzt werden, ohne den Ansaugschlauch drehen zu müssen. Dank des Constant Feed Farbbehälters kann es in jeder Lage Farbe sprühen. Ein einfacher Wechsel und Reinigung der Behälter. Einfach den Behälter in einer einfachen Bewegung abnehmen für schnellen Farbwechsel und einfache Reinigung. Die beiden enthaltenen 1000ml Behälter reichen für die meisten typischen Aufgaben aus. Das Gerät ermöglicht dir eine einfache Luftstromeinstellung. Drei Symbole zur Auswahl der Luftmenge. Zaun und Stuhl für Holz- und Lackfarben. Zimmerwände für Wandfarben. Bei übermäßiger Nebelbildung den Luftstrom reduzieren. Allzu grober Vernebelung den Luftstrom ganz einfach erhöhen. Das Gerät hat uns in seinen Funktionen, in seiner Anwendung überzeugt. Vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier vollkommen okay. Wir würden dir das Gerät hier an dieser Stelle weiterempfehlen. Haben auch für dich in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis verlinkt. Schau doch einfach mal rein. Hast du noch Fragen zum Produkt, dann stell sie doch gerne in den Kommentarbereich. Ansonsten bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Würde mich über ein Abo, Like oder auch Kommentar freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Lukas von Bestens.de Bis zum nächsten Video.